Ich hab den Dauer-Endo-Pass, hab ich so das Gefühl. Ja, willkommen im Club, äh, ach ne. Ey! Vorsicht. Dafür gibts nen Schuss in den Fuß. Ich geb dir gleich. Äh, hol was? Nein. Geh weg. Bist du doch nicht? Okay. Ah, Bad Boy, lass mich. Ah ne, DJ ist das. Lass mir hier in Ruhe. Jata? Näääääääää! Jaaa... Wer hat er geschossen? Mätidig. Jemand mit einer Glock. Oh! Wart er! Wer fug? Ich werd dich auf der Treppe. Eii! was geht ihr habt ihr weg lade ich aus was denn da so auch aus gerade jemand durchs tag marschiert ja mich zu blenden aber warum ich alle sehen wenn ich das hat sich von zu läuft er will mich umbringen er will mich um er hat schon zweimal auf mich geschossen davon sterbe ich nicht oder was was soll das schießt auf mich du bist kannst aus sein gelegt von mir ich bin effektiv ich schieße auf alles was mich angreift er ist so ich hab noch und die ungebar ich versuche fahrstuhl zu fahren ja es geht nicht ich habe es gerade nicht hingekriegt das ist halt bereits schwer Ja, obwohl du mich an einem abgeknallt hast, bin ich ja die ganze Zeit nicht hergefahren, also von daher. Ist das krass, ey. Ist das krass, die Scheiße. Aaaah! Alter, bist du wieder? Ja, ja. Wieder da? Stalk, hab ich so das Gefühl. Vielleicht? Dass es DJ Dom ist, also 100%, ich hab schon geblut, ey. Ich hab, jetzt hab ich ein Inno umgebracht. Das ärgert mich. Gibt's doch Inno. Ja, der, weil er auf mich geschossen hat. Oh. Ja. Er schießt. Nee, du schießt auf dich. Doch, Blackfall, du schon wieder. Nein, du schießt auf ihn, das war voll das Auseinander. Alter, wie oft ist es vorbei, wir, Mann. Äh. Das ist doch gar nicht möglich, ey. Wie oft, das ist bei mir. Bei der kleinen Map? Ja, schon, ne. Und jetzt da. Aber wie oft die das, Mann, ey. Und wie ich nach Eingang sein, bist du sofort da. Hm. So, jetzt, wer ist jetzt der Traitor hier? Ja, doch. Sonst bin ich ja nicht bei mir gestorben. Ja, doch, sag mal wie auf, ey. Was machst du da? Ja. Guck mal, was ich da mache. Gibt's hier echt was stummgeführt? Ja, leider. Und ne Glock. Na, ist das beschissen. Ja, vor allem, das ist keine richtige Empir hier, ja. 20 Schuss, hallo? Das sind dann 16 und ist dort. Ich bin dann in 4. Gefürgst. Seht, aber auch mal was denn. Das ist dreifachfeuer. Black, Black. Ja, macht doch nix. Ja, Tag! Wo ist denn der, ey. Wo ist denn der DJ-Domme jetzt? Der ist, der, entweder, einer von den beiden muss es ja sein. Einer von den 3, ja gesagt. Kauft ihr doch ein Radar? Keine Ahnung, also ich find's nicht. Hast du recht. Da weißt du, wo er ist. Ne, weil... Oh, Black, Black. Oh, nee. Irgendwie, ich weiß es nicht. Eins, zwei, ich seh nur zwei, der ist tot. Ja, keine Ahnung. Aha. Der ist ja wohl abgereckt. Der ist tot. Bestimmt im Fahrstuhl. Keine Ahnung, können sein sogar. Der ist tot. Ja, hast du schon dreimal gesagt. Ich wüsste, dass er tot ist. Ja, also war es einer von den Schweinen. Ja, ja. Warum knallst du den DJ ab? Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht, warum du den abknallst. Ne, ich hab ja gar nicht geknallt. Meine Munition ist doch voll. Das wäre so einfach, Bad Boy. Das wäre so einfach. Das wäre so einfach. Wieso? Ja. Wenn du dich auf dem Fahrstuhl konzentrierst. Hi. Deine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ihr beiden dualiert euch. Ja, genau. Ich als Detektiv dualiert mich. Genau. Ja, sogar schon. Ach, wenn ein Detektiv sagt. Ich nehme nur noch zwei. Komm mal her, Plek. Wir machen mal eine Runde. Mach doch gar nichts. Was willst du von mir? Ja, einer von euch meint ist Twitter. Sonst dauert die Runde zu lange. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich bin es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin es nicht. Sag das nicht. Hör auf die zu stalken, Yata. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hör jetzt auf die zu stalken und schieß dich jetzt ab. Ja. Oh. Schon klar. Ja. Detektiv sagt das Leben nur noch zwei. Plek, kannst du da gerade auf mich beschlossen? Auch nicht? Ach, Sack. Yata musst du es doch wissen. Zu 100%. Endlich. Wieso? Was spielst du so lange mit dem? Meine Fresse. Lass mich doch. Mann, 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 Mann. Ich hab mich auch gewundert, der macht auch nichts. Ja, der macht nie was. Der hat vorhin das Game ablaufen lassen. Wieso? Black Soul, du musst auch was tun. Such mal eine Leiche. Oder sonst irgendwas. Ja, aber in der letzten Runde, da wo die 50 Leute auf der Aufstelle, kannst du doch gar nicht schießen. Du bist ja dagegen zu selbst. Ja, aber in dem Moment waren wir noch zu dritt. Einer war auf Twitter. Hättest du ja irgendwie versteckt. Und dann fertig. Ich hab, ich hab ja sowieso immer das Problem, wenn ich Traitor bin, dass ich sofort erst mal zwei, drei Leute um mich rum sammeln. Und ich nichts machen kann. Ja, ich höre gerade raus in der Runde. Es waren aber fünf Leute da rum in der ganzen Welt bewegen. Ich bin prepared. Ah, nicht schon wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß kein Twitter. Aber dann hat das auch zwischendurch irgendwen alleine erwischt. Von daher wäre es der Moment gewesen. Bladich, wen nimmst du hier? Wir beide rucken jetzt die Runde. Ähm. Komm, wir gehen beide auf Yata. Ja, Yata hat's verdient. Das war das schwächste. Yata hat's verdient. Obwohl ich hab hier gerade Sponti. Tür bleibt auf. Ja, haut rum. Na ja, Black Soul hat mich geärgert. DJ Dom ist es. Kann ich sein, Black, äh, Bladich nicht das? Ja, hundertprozentig. Ich hab doch gesagt, der ist es. Okay. Aber der... Ist der Trader oder was? Jaja, der ist auf jeden Fall, der hat auf mich geschossen. Ich komm mir nicht auf den Fahrstuhl raus. Hast du den Fahrstuhl? Also ich bin's hier unten auf gar keinen Fall. Black, kannst du mich scheinen? Nein, diesmal nicht. Ah, geht schon wieder los. Ich glaub ich mach's den Fahrstuhl raus. Ich glaub ich mach's den Fahrstuhl raus. Ich glaub ich mach's den Fahrstuhl raus. Bist du wieder da unten drin? Ja, Dings, ich hab da... Ich hab den gekillt. Der hat auf mich geschossen. Der ist da in diesem Raum, hat der sich eingeschlossen die ganze Zeit. Und ja. Der ist tot. 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 Ohne Spaß. Guck hier, ich bin meine Cowboy. Ich bin Shane Locker, da. Der ist tot. Ich denk dich auch noch, du Traitor, ne? Naja, das hätte sie gern. Wer war's? Wer war's? Das weiß ich nicht. Wann? Ich dachte du bist... Du bist neulig. Traitor. Du bist neulig. Mann! Das war... Nee, ey. Du stehst genau auf dem, wo ich auch noch mitgerissen bin. Das war... Mein Karma ist ein... Ich dachte, er wäre alleine drin gewesen. Muss ich dazu sagen. Hast du mich nicht gesehen? Loll! Yata! Du hast gewonnen! Mein Kamas 3 3 7! Ja, Alter, ich soll springen. Was? Wie ich hab gewonnen, ey? Nicht du. Der Yata hat gesagt. Ich bin's drin arm. Aber wieso kann man den 1 Volt? Aber das Karma? Nein, es geht um die Nummer im Karma. Ich hab' ein sehr schönes Karma. Alter! Ey! Ey! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaub' jetzt... Jetzt hab' ich von Ihren Binnen den Pass abgekriegt. Hab' dir ein Inno-Abo oder was? Ja, ich... Super! Ich bin jetzt schon wieder drei Runden hintereinander. Ich glaub' jetzt geht's bei mir rund. Ja, ich hab' den Inno-Pass ohne Spaß jetzt seit Runden. Viel Sorgen oder so. Die vertraue ich gar nicht mehr geweckt. Wer ist es? Keiner? Ja, spontan. DJ Dommels ist es wieder. Er hat auf mich geschossen. Ja, genau! Wer hat auf mich geschossen? Du hast auf mich geschossen, Junge! Wer? Hä? Davor geht denn da? DJ Dommels, er hat auf mich geschossen. Der schießt nicht auf mich. Der fuck! Der Ballett! Toll. Ja, wieso schießt er auch auf mich? Ich lass' dich passieren, wenn du hier rein willst. Du hast aber auch geschossen, Yata. Nein, ich hab' überhaupt nicht geschossen. Wieso bist du denn gelb? Wirst du's riskieren? Weil du mich getroffen hast. Ey! Ey, wieso hat er denn geschossen, wenn er Inno ist? Das war... Warum bist du gehört? Warum bist du gehört? Ja, ich? Weil der Dingsmiss ich angeschossen hat. Der Plexol hört? Ja. Warum? Nein, das war gar nicht Plexol. Scheiße! Nein! Ich denke, er hat ihn angeschossen. Plexol ist tot. Alter, ist tot. Boah! Ich weiß, wer es ist! Oh! Nein! Nein! Okay. Das war ja mein Schong. Oh! Ich bleib aus! Jata! du bist ja bin ich und du bist auch twitter ja aber die haben gerade alle gequatscht das habe ich genutzt und dann kam nur noch wer ist es was aber ich habe ja da gegen dich jedes mal mann ey ich habe viele Punkte verloren lass mich dich doch einmal killen wenn ich Traitor bin einmal soll er ja auch nur machte ich mein Hut alter spontiert mit 3 AP oh bitte lass mich endlich mal Traitor das war schrocken schade ich hatte nur drei Lebenspunkte das war nicht so gut Sponti hätte Yathas Glücksrunde mal beenden können ich war gerade die Leiche am looten und da kommt dann Ballasdamsch einfach ab nein vorher habe ich noch mit dir geredet ja ja ich bin auch schon wieder Eno ich werde einfach hier zuhause geh raus hier ja wenn du mich hier einsperrst sperr mich hier ein, beschütz mich Eno 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 ich beschütz mit ja Bleddick wir wissen das Eno nein das ist nur Eno 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 wer hat er geballert wer hat er geballert Sonti ich hab's nicht geballert ich geh mir mal aus dem Fisch der killt mich gleich wieder einfach so das macht er mit Gizmo auch immer wenn ich mal meine Phase Hallo Blackster 9 Hi Hi Das kam aber sehr spät die Tür bleibt auf offen doch warum stehst du schon mal bei mir in der Nähe das gefällt mir du siehst wieder so verdächtig aus ist das ja eigentlich schon raum komm ich noch ein ich habe einen schweren zwischen durch löstlichen schuss gefunden toter aus erlebt noch aber wer hat er was nein warum hat er auf hat er ist tot bledig ist tot alles innozenz ich dachte verdammt der trainer hat er ist auf jeden fall einer er war angeschossen das wort geschossen ich dachte er beträgt aber ist inno schon wie hat er sie nicht gesehen die waren beide wiederbelebt tschuldigung 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 das war keine absicht war gerade ein bisschen verwirrt ja die der attack der fing hat er lebt übrigens immer noch ja der lebt auch was er der dringer tot aber der tod ist der war wie auch wiederbelebt worden so kurz wie ich wiederbelebt war wort das war nicht mehr feierlich das nächste mal auf das ist es denn wer doch der weg ist nicht wie wir mal auf der stand fertig ist es ja ja wir hatten der tringer irgendwo ja ist klar der ist inno oder hat ihn jemand wiederbelebt oder was weiß ich nicht der wort wiederbelebt der wort wiederbelebt und dj oder was wer hat ihn wiederbelebt nein ich nicht okay wieso steht denn da inno er lag doch am boden was er lag doch am boden er war doch identifiziert und dann stand er wieder verwirrt mich halt mein loch ja das ist ja ja und nein geht eines weges und mann so trader müssen langsamer aber für ein bledig tut ich jetzt eigentlich bei bledig noch mal höchstpersönlich um für die folgenden missgeschicke auch ein bisschen bad boy schuld wieso ist ladig ist wieder weg du bist immer schuld ladig wird sein bledig ist nein allerdings der dj dom hat den den sein leistchen zockt ah ok dann ist gut da bin ich mal ein dj der aufrund wo ist denn der artteils ich hab mal da gefunden die worte wollte ihn wiederbeleben ja ja klar weil ich ja als inno den wiederbeleben kann ist ja nicht so ja klar klar ja klar mach mal ruhig da doll identifizier ruhig mal die gleiche ja was denn dabei ja ja und wenn er wieder mit rauskommt na geh du jetzt erst raus die du hast die du hast die du hast ich knall dich ab geh weg wer ist es denn jetzt ne atta ist tot du was der ist tot und du machst jetzt leichenwache oder was aber wer hat denn wer hat denn bledig jetzt wiederbelebt keiner oder die hatten doch weg getragen hat doch jemand gesagt hä so ach Leute wer bledig war da vorhin wieder auferstanden oder nicht ja ja wer hat denn dann wiederbelebt keine ahnung es kann entweder nur ein traiter oder ein detektiv sein aber ich glaube ein traiter lebt doch bestimmt nicht so jemand wieder das glaub ich auch eigentlich ne er lacht einfach was 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 wie ich da welche sache atta äh black soul komm mal her warum was los komm mal mit mir da fuck komm her ja dj was da hinten hab ich blut gesehen komm mal mit bitte der will ich denn da sag mal ich weiß es nicht hey das ist der rom des todes hier das ist auch nicht red doll was ich wo ist die leichte da dj dom ist tot guck ich hab keine ahnung warum möchte dich jemand dazu beziehen der test runtergefallen ja 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 hi wollen wir spielen spielen ja oder black soul ja ja doch was musst du sagen hm der trainer hat übrigens noch 47 sekunden zeit wollte ich nur mal kurz erwähnt haben ja das wie er so lange dauert ist der black soul noch anwesen ja warum ja das ist ja seine zeit ja du weißt ja nicht ob ich das bin hör ja das stimmt auch wieder wissen nicht aber es ist eine vermutung naja und wie willst du das beweisen dass ich das war ja dann geh weg das können andere machen ich bin nur die ausführende gewalt ja ja okay klar also das heißt äh 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 ich hab ich hab ich hab ich hab wer war es jetzt black soul ist es wenn es so lange dauert ist es black ich hab übrigens den dead ringer du hast mich nicht getötet black soul ey ihr seid auch ich bin die jay hat mich zweimal belebt und zweimal bin ich sofort wieder abgeknallt worden was geht weil er falsch bei euch gern der ringer ja sagt ihr denn äh wieso wir haben nur geforte denn wie der belebt hat denn nein gesagt so das war so kurios wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und äh ja immer fleißig renn schon wenn wir wieder von euch ttt spielen ciao ciao